ich weiß natürlich so auf anhieb ist das neue system um einiges langsamer als ich hier als wenn ich jetzt selbst alles abfahren aber es ist halt das praktische daran es läuft nebenbei das heißt werden wir was anderes tun kommt nebenbei immer wieder wolle rein das ist halt so das schöne daran ja hiervon haben wir jetzt auch genug wo ist der scheiß vorne da und es ist natürlich server schon da das neue system da 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 Ops. Gut, dann mal zu den Weißen. Dann machen wir erstmal noch die Grauen hier. Wenn wir die nämlich haben, können wir weiterbauen. Und jetzt zu den Weißen. So, das sollte an Weißen auch reichen. Prüfen wir nochmal schnell nach. Definitiv. Hier sind wir auch durch. Hier haben wir auch fertig. So, einfach aus Prinzip nochmal ein bisschen was ernten. So, das ist 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 ein bisschen was ernten. So, kriegt ihr jetzt wahrscheinlich auch euren letzten Schnitt. Dann haben wir hier schon mal circa die Hälfte weggeschnitten. Ja, man merkt es auch an den Ticks. Die beruhigen sich langsam. Die kommen langsam wieder hinterher. Ach ja. Ich hatte ja extra ein Loch reingemacht. Ach hier. Kann man schon mal wegnehmen. Aber dann. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, mal schauen Rot ist fertig, Orange ist fertig, Grau war eh schon fertig, Weiß auch Das heißt, alle Farben, die hier drin sind, sind auch direkt komplett Das heißt, ich kann euch jetzt ausrotten So, mal schauen ach ja da lang jetzt kommt der Heuschnupfen wieder auch schön der ist dies Jahr besonders lästig letztes Jahr war so gut weil einfach alles schon zu dieser Jahreszeit tot war da hinten liegt noch ein XP-Kügelchen jetzt kommt der Heuschnupfen dann kommt der Heuschnupfen dann kommt der Heuschnupfen ja stimmt hier wart ihr alle schon fertig damit sollte mir auf jeden Fall meine Kiste fleischsicher sein so dann gehen wir mal zu den restlichen Farben machen wir noch die Farben fertig weil wir dann von allen alles haben und hier die Schafe großteils weg sind machen wir dann noch Schicht weiter bauen tun wir dann nächstes Mal mein Magen sagt es ist Zeit die Aufnahme zu beenden und danach halt auch in die Sommerpause zu gehen bin jetzt erstmal auch ein paar Wochen gar nicht da dann ist immer noch die große Hitze hier ich weiß nicht ich hab das Gefühl je älter ich werde desto weniger Spaß macht der Sommer ja davon haben wir auch genug ich hab das Gefühl 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.